Hey Leute, willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Ich probier's mal mit. Clown fangen. Ich glaub zwar nicht, dass das gut ausgeht, weil das Ding ist ein bisschen schneller als wir. Ja, schön gebrutzelt. Ja, mit was für einer Geschwindigkeit, mein Freund. Oh, das ist überhaupt nicht gut, dass das... Halt, das möchte ich nicht. Das möchte ich so nicht. Okay, das juckt dich nicht besonders. Alles klar, das funktioniert doch. Alles klar, gut, gut, gut. Läuft. Irgendwie mach ich nicht besonders Schaden. Okay, in der Mitte bekommt man am wenigsten Up davon. Autsch. Aua. Das war ein gutes Ausdruck, meine Freunde. Autsch, ich glaub, ich muss mich schon wieder heilen. Alles klar, alles klar. Los geht's. Oh, okay, leicht getroffen. Der Typ kann ja auch das Rad nicht neu erfinden, oder? Wow, der zieht mir ganz schön viel ab, so. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Aufpassen, 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 aufpassen. Nein! Jetzt hör mal auf! Wie oft soll ich denn noch warten, bis ich auch mal darf? Jetzt ist mein Moment. Das gibt's doch nicht! Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wow! Nein, Jesus! Ah, okay, ein neues. Leute, 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 das könnte jetzt was werden. Ja, ich hab 12.000. Hab extra hier gespeichert, damit ich nicht allzu weit immer laufen muss. Ja, Ivan sei nicht dumm. Dreh den Braten um. Nein, das krieg ich schon hin. Also, das ist ein Feuertypi. Schade, dass ich bisher keine Waffen mit Eis gefunden hab und sowas. Denn bei dem braucht man eindeutig was Schnelles. Zack, und dann... Okay. Gut, das kriegen wir hin. Also war ich übrigens bei ihm auch. Das A und O. Vielleicht... Ich hab ja einen neuen Schild bekommen. Das hab ich ja ganz vergessen gehabt. Hier. Leeren Schild, Turmschild. Oder war das der? Blocker. Faustschild. Ne, lädierte Rundschild. Hier. Ja, Feuerwiderstand. 55 Prozent. Der leeren Schild. Den kann ich leider nicht tragen. Oder das Doppelhornschild auch nicht. 75. Ich glaub, ich muss... Ja, das macht doch schon... Das ist schon das Schild. Okay, meine Seelen. Lässt du mich mal vorbei, bitte? Es gibt's doch nicht. Wie oft willst du mich noch treffen? So, einmal trinken. Alles klar. Gut, gut, gut. So geht's auch. Bisher. Autsch. Autsch. Oh. Nein, nein. Das ist böse. So, und dann kann ich meine Magie gleich wieder benutzen. Okay, jetzt ist... Okay, jetzt ist... Das war Aua. Zack. Ich muss eigentlich immer nur ausweichen. Theoretisch. Schade, es ging nach hinten los. Ich merke auch gerade... Das war blöd. Ach, nicht doch. Oh, du bist viel zu weit weg, mein Freund. Du tust mir noch irgendwann weh. Ich seh's, komm. Bis einer weint. Ich muss relativ in der Mitte stehen. Das ist Geheimnis hier. Und dann zum richtigen Moment ausweichen. Und das ist eigentlich dann schon bloß die halbe Miete. Boah, jetzt nervt mich langsam. Autschen. Nicht, dass du mich noch tötest. Aha. Autschen, erwischt. Oh, oh. Alles klar. So muss es sein. Wunderbar. Alles klar. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Nur noch ein bisschen mehr. Au, ein Tritt. Okay. Schnell heilen. Nicht, dass ich hier noch tot umfalle. Okay. Das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Leute, Leute, Leute. Beruhigt euch. Beruhigt euch. Ah. Jerome. Aua. Oh, das hat mir die Arschade verbrannt. Yes. Yes. Den Wächter besiegt. Oh, da, 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 da. Oh, yeah. Oh, yeah. Yes. Ich hab ihn besiegt. Okay. Für den Weg zum... Für nicht... Okay. Feuerwandler. Kurzschwert. Haha. Bin ich jetzt gespannt. Wehe. Das ist irgendein Scheiß. Feuer. Clown. Faustwaffen. Die hab ich echt. Wann hab ich die bekommen? Oh, cool. Oh. Schön. Okay. Schaut mal. Den kennen wir schon. Lässt aus. Weg. Was hab ich bekommen? Ich hab's vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie's heißt. Da. Denk mal. Oh. Die ist aber auch schön. Wann hab ich das alles bekommen? Wieso weiß ich es nicht? Flut. Wow. Wenige wissen über Rogawaffen, dass sie von Natur aus mit Elementarkräften durchwirkt sind. Die seltene stecken voller Rohkraft. Die seltensten. Geil. Ah, nee. Feuerwandler. Wow. Das ist noch geiler. Wow. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Oh. Und dann sogar so. Ja, Leute. Ich muss umskillen. Ganz klar. Ich muss umskillen. Ähm. Ich muss erstmal in diese Richtung. Ich hoffe, der böse Magier ist nicht mehr da. Halt. Moment. Ich mach ja gar keinen Schaden damit. Das wär blöd. Das wär blöd, 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 blöd. Wow. Ich kann ein paar benutzen, aber nicht wirklich viele. Ich kann die wirklich alle benutzen, aber das bringt mir gar nichts. Weil die alle so schwach sind. Ich muss eindeutig umskillen, Leute. Eindeutig. Ja, dann mach ich es mir jetzt zur Mission, um zu skillen. Geschicklichkeit ist, glaub ich... Aber dann macht der... Auchen! Dann macht aber mein Typ hier nicht mehr so viel Schaden, oder? Kann das sein? Einmal heilen. Stirb! Kannst du nicht mal. Von wegen. Nein, wisst ihr was? Ich werde nicht umskillen. Vergiss es. Nein, nein, nein. Lösch das. Streicht das vom Tagesplan. Es wird nicht umgeskillt. Ich bin zufrieden. Es läuft doch. Nur wegen hübscheren Waffen. Mein Gott, das ist doch... Quese. Aber wir haben es endlich geschafft. Halleluja. Wir haben den Typen besiegt. Und jetzt geht es mal in eine andere Richtung weiter. Jawohl. Eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Yes! Gib mir was, gib mir was, gib mir was Gutes. Glaube, Helm. Okay. Wo komme ich jetzt hin? Kammer-Eingang. Ähm. Das finde ich nicht gut, im Übrigen. Finde ich jetzt gerade gar nicht gut, wo ich bin. Gut, Mission Nummer... Was suchst du denn du hier? Da hinten sind Gegner. Sieh dir diese Wände an, Harkin. Sie erzählen eine Geschichte, wenn man zuhören kann. Was du nicht sagst. Nimm das. Du wirst sehen, was ich meine. Was bedeuten die Zeichen an der Wand? Größtenteils alte Geschichten. Soll heißen, ich weiß nichts damit anzufangen. Aber sie könnten dir bei deiner Suche helfen. Mit dem Stein, den ich dir gegeben habe, kannst du sie selbst entziffern. Echt? Was machst du hier? Ich könnte auch alles falsch verstanden haben. Aber wenn nicht, dann soll mich jemand hier treffen. Treffen und mich an der Hand nehmen? Ich verstehe das nicht. Ah. Du kannst dein Buch jetzt also lesen? Hast du herausgefunden, was du wolltest? Ja, das kann ich. Aber es ist sehr verwirrend. Was mich an die Steintapeln erinnert. Hast du welche gefunden? Ja, nehmen sie ruhig. Sie sagte zumindest verwirrend. Sehr verwirrend. Ich habe zu tun. Daneben nicht. Audio-Notizen. Schlüssel. Was? Ich bin mit der Situation überfordert. Letzter Wille. Großschwert. Oh. Feuerige. Ein Schild auf jeden Fall. Das finden wir. Feuerige Zurückweisung. Oh, das brennt. Für das, für das, für diesen Schild verwendete Metall haben die Menschen keinen Namen. Doch er blockt. Inwiegendermaßen magische Kräfte zumindest zum Teil. Nein, ich bleib bei meinem Drachenschild. Bei meinem legendären, wunderschönen Drachenschild. War schon wieder neue Rüstungen. 25, das ist neu, ne? Nein, gefällt mir nicht. Bleib bei dem. Nein, ich war noch nicht fertig. Entschuldigung. Ich wollte hier nachsehen. Ich habe ein Großschwert bekommen namens... Glaube. Kann das sein? Hm, letzter Wille. Letzter Wille. Das habe ich bekommen. Wenn man dieses Schwert auch im Raum zurückliest, hat es sofort Regen gebraucht, davon gemacht. Oh, das ist aber schön. Wunderschön. Ich glaube, ich muss langsam mal wieder ein bisschen in Stärke gehen. Das ist jetzt nicht gut. Nicht zwei auf einmal. Das ist sowas von uncool. Alter. Wollte ich mich verarschen? Wo ist dein Herz? Oh Gott. Au, ich bin gesprungen und du hast mich... Oh, hallo. Hallo, da war doch... Uah. Da war doch eine Tür. Jetzt gehen wir mal nicht auf den Senkel. Mal weg hier. Tür. Ich hau hier einfach ab. Ich hau hier einfach ab. Nein. Von einer Problemzone in die nächste. Speichern? Ist nicht gut. Weiß ich Bescheid. Oh, das hört sich so böse an. Das hört sich so böse an. Das hört sich so abgrundtiefbösartig an. Oh, Leute. Ich will nicht lügen, aber das hört sich ziemlich schlimm an. Ich könnte eigentlich leveln, aber ich will noch nicht. Tja, von wegen. Von wegen. Denkst, ich seh dich nicht. Was will ich überhaupt mit den ganzen Herzen? Ostgalerie. Dann zeig mal her, Ostgalerie. Ich hab mir etwas vernutzen. Ah, ewige Legende. Helm schwer. Den will ich jetzt auch mal sehen. Ne, find ich den besser. Ja, ist doch schön. Was hatte ich zuvor? Mist. Okay, das hatte ich zuvor sicherlich nicht. Ah, ich weiß, was ich hatte. Wo ist es? Ähm. Wo ist es? Da. Mein Assassinen hatte ich an. Genau. Ich werde jetzt ein bisschen was tun für mich. Und zwar werde ich hier mal endlich leveln. Denn ich brauche wirklich Stärke, Leute. Jetzt kann ich auch ein bisschen 95, 99. Wow. Der Hammer macht 95 Schaden. 65. Warum macht er ... Das muss ich ausprobieren. Das muss ich probieren. Wo sind meine bösen Gegner? Wieso hab ich ihn nicht erwischt? Oh, voll in den Rücken. Wie gemein. Dann stirbst du halt. Ja, genau. Genau. Von wegen. Ja. Ganz einfaches Spielchen, mein Freund. Aber irgendwie mach ich nicht wirklich Schaden. Aber vielleicht bei dir. Wo bist du, mein Geist? Bleib stehen. Oh ja, das gefällt dir nicht. Das gefällt mir. Wenn ich dir Schaden machen kann. Au. Ich habe ihm Schaden gemacht. Nanananan. Oh, Moment. Ich kann das hier selber entziffern, hat sie gesagt, ne? Lesen. Die drei Richter besiegten den letzten Herrscher und erfüllten Adir mit hilfloser Raserei. Er war verzweifelt. Also erschien er selbst auf dem Schlachtfeld. Und in diesem Moment wurde der Bastard Gott bezwungen. Die Menschheit triumphierte. Schön. Also sind es Geschichten. Was steht denn hier wieder? Für den, der für uns eintrat. Okay. Moment. Ich habe was gehört. Der Hammer gefällt mir langsam. Die Gegner stehen nicht so sonderlich auf 10. Nicht dafür umso mehr. Wird von der anderen Seite blockiert. Alles klar. Leute. Ich sage an dieser Stelle. Hier bei ihr. Bei. Kati. Kita. Ich habe deinen Namen vergessen. Eigentlich nicht. Nichts verlassen. Jettka. Ach. Kati. Wie komme ich auf Kati? Jettka. Sage ich erstmal danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part zu Lords of the Fallen. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Und tschüss. aves.